Willkommen zurück bei Let's Play Civilizations 5 äh und wie immer habe ich irgendwie ist nur geschafft beim letzten Mal ein paar Folgen aufzunehmen, deswegen jetzt schon wieder eine Aufnahmepause war und ich schon wieder keine Ahnung mehr hab ich weiß wieder was ich machen wollte also zumindest einmal weiß ich es jetzt schon und wir gucken mal mhm mein Einfluss auf den Stadtrat in Venko war so stark zugenommen, dass ihr jetzt Freunde seid äh, okay Frankfurt benötigt Krabben, ja ja, an der Börse da wird halt deniert ne, und wenn man an der Börse deniert, nachdem man die Millionen abgegriffen hat in irgendeinem tollen Bad Bank Deal, was auch immer dann möchte man eben Krabben essen so Krabben, Kaviar argentinisches Rum Steak Medium, versteht sich so was möchte man dann eben in Frankfurt ich verstehe das völlig und aus diesem Grunde möchte ich auch gerne in Frankfurt eine Börse bauen das geht später und, äh ja Chaka hat die Renaissance erreicht okay äh 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 ja gut er ist schon ein bisschen dekadent, wie die leben da mit ihrem oh, wir brauchen Krabben und Kaviar und argentinisches Rum Steak und was hattest du zum Frühstück? ja, ein Roast Beef, ein Hühnchen, eine Pizza ja, so ist das ach, ja, genau, ich wollte Monaco annektieren ich erinnere mich ja, ihr kleinen Idioten, ja, ich annektiere euch ja 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 äh ja äh ja äh oh Gott, ich bin müde verdammt, was ist los ja ja das ist absolut inakzeptable Baueinbauernhof werdet wir haben nicht genügend ausreichend Kapital wer hat unser Kapital angelegt ich war das bestimmt nicht ja, denn wenn wir schon eh tausend Milliarden Runden warten müssen, dann können wir sowieso alle mal einmal hier rüber bewegen so Produktion bilden dann verschieben wir die Eroberung Monaco auf unbestimmte Zeit Wittenberg ist ein Kulturstaat, glaube ich ne, ein religiöser Staat das ist mir eigentlich ziemlich egal ja 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 Wittenberg, äh äh okay ein Opernhaus plus eins Kultur oder eine Münz anstellt mehr Gold oder eine Münz anstellt mehr Gold erst mal ja bitte, bitte fahren sie da hin so was möchtest du? du willst fuhre mal da hin bitte okay, da ist jetzt mal nichts wir fahren weiter die Küste neu vor und dann zu wo okay okay ein bisschen Kultur verdienen das gehört einfach zu unserer Kultur die eingeborenen Kanonen zu beschießen ich glaube das ist eine sehr angemessene Sache das macht man in modernen Kulturen nun mal so oder etwa ähm du fährst da runter in der okay was machen wir jetzt mit der Karabelle für die habe ich ja nun gar keine Verwendung mehr äh die was nein ich was ach keine verschanzen nein ich will zur Karabelle zurück habt ihr denn den Verstand verloren Erschaftszeiten noch einmal Jesus Maria und Josef fahr bitte waa ich wollte doch nur mit der Karabelle fahren okay so viele Züge darf ich nicht machen gut dann halt nicht du fahr ich ja da hin so scheiß Arsch ne so viele Züge wie sieht das hier aus so viele Züge darfst du nicht machen das ist full gegen die Regeln dieses Spiels die es gar nicht gibt Mn eh beschies ich halt die Florentiner die da gerade Party machen und mir nicht huldigen das kann ich nicht in Ordnung befinden das waa das rede ich hier eigentlich das kann ich nicht gut heißen das wollte ich sagen hm nun das war mit stuhl wie immer ich sollte wirklich mit sich hier fahren und oder lernen still zu sitzen dabei Letzteres ist nein nein ich glaube nicht wow Galle Asse Lavenda wünscht sich die Sixtinische Kapelle bei euch nicht irgendwo sogar schon durch die Schmiede bei euch nicht die Sixtin gibt keine Forschungsinfo mehr gut ok kling Forschungsinfo hallo ich baue eine Druckerpresse hä? ja hä aber ich baue doch ich weiß doch genau dass ich irgendwo eine Sixtinische Kapelle bauen wollte wo ich diejenigen wo ich ein Frachter hier gibt's Tycho Bra oh das war sogar Deutscher beziehungsweise der war aus Prag aber da Prag zu Deutschland gehörte ich glaube war es Kurfürstentum Böhm Kurfürstentum Böhm im Mittelalter ich glaube sogar fast es war Kurfürstentum also es ist doch ein Deutscher ein guter Mann und mach mal bitte jo wir fortfahren ihr habt Druckerpresse Feuer und eine Produktion muss ich noch wählen das ist richtig Globfeder die baue ich noch gar nicht was hm da baue ich in Hamburg den schiefen Turm und baue in Berlin was ist los eine Sixtinische Kapelle ja sofort ich wollte doch meinen Kunstwerk hier unterbringen von Gustav Klimt der entweder Deutscher oder Österreicher ist ich bin mir ziemlich sicher der Name sagt es schon ja und dann können wir auch das Bankwesen erforschen gute Sache so eine Bank ja wenn man die richtige hat ansonsten schlechte Sache eine Bad Bank quasi Gustav Klimt war der jetzt eigentlich Deutscher oder war der Österreicher ich weiß es nicht ich google das gleich oh mein Stuhl ne der macht mich so wütend ok eine Bahnlage entdeckt was was achso da oben ich dachte schon es wäre irgendetwas wichtiges was mir das Spiel mitteilen möchte aber nö es war nur so allgemeines bla bla ich baue dir einen Bauernhof Gustav Klimt oh jetzt habe ich Klimt gegoogelt äh Baumgarten bei Wien doch Österreicher hm na gut na gut doch kein Deutscher aber zu der Zeit wusste man noch nicht genau ob man jetzt Österreicher war oder Deutscher oder Preußer? nein ob man Preußer oder Österreicher war das wusste man wohl äh ich fahr da hin damit ich durch das Seegebiet von Jerusalem im nächsten Zug durchkomme nein nicht Bereitschaft nur nichts tun ja im nächsten Zug möchte ich dich wieder benutzen bleib mal ganz ruhig ähm denn ich habe vergessen was ich sagen wollte ich bin voll durch den Wind heute so so fröhlich ohne Plan setzt du hier so äh was machst du hier jetzt eigentlich aber ich dachte mir wäre eine gute Idee aufzunehmen wohl eher nicht und wenn ich aber das das schöne Gold hier sehe oh Gold 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 oh Gendarmerie ja sagt die Diebstahl rate feindliche Spion du wir können unseren Fortschritt für uns behalten und die nicht mit anderen teilen und zur mächtigsten Zivilisation der Welt werden genau das was ich brauche fahr auf mich zu beschießen unwürdige niedere Kreatur deine Mutter war eine Missgeburt ein 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 ist Weltkongress gegründet Joja Koso kennen vielleicht die Leute die sich ein bisschen den Sozialkunde auskennen aber ich nicht so Prozent wenn die Weltkongress gegründet das ist eine sehr sehr angenehme Sache und ja ich möchte ein Globe Theater bauen ein deutscher Frachter du brauchst einen Auftrag fahre bitte direkt nach Frankfurt ich weiß es nicht Frankfurt steht da nicht mit Renner ich könnte nach Los Angeles fahren oder nach San Luis oder 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 ich fahre nach Torfarn da kriege ich mehr Gold und exportiere meinen religiösen Druck ja damit der Buddhismus die Welt erleuchten kann das ist gut ich freue mich darüber Schießpulver auch wenn meine Berater sagen ne brauchen wir nicht ich finde das brauchen wir schon ihr könnt eine Resolution vorschlagen ja gleich mal Stadtstadt Embargo verhängen ne ich würde mir selbst ins Knie schießen mit nem Stadtstadt Embargo also würde ich sagen eher nicht so eine Bargo auch nicht Luxusgut verbieten davon lebe ich stehendes her ja stehendes her besteuern warum steigt denn da der Unterhalt müsste er nicht sinken weil ich stehende oder zahlt man dann Steuern an den Weltkongress und was macht der Weltkongress einem dann ne ne ist Quatsch Weltausstellung das ist eigentlich ganz cool wenn man ein bisschen Produktion frei hat Kulturerbestätten jedes Weltwunder bringt plus drei Kultur in der Stadt ja das bringt uns ziemlich viel aber alle anderen sind sowieso dagegen also ne jedes Naturwunder bringt plus fünf wenn es bewirtschaftet wird also plus fünf Kultur haben wir denn viele wir haben einen Kult Kulturerbestätten Kulturerbestätten Kunstfinanzierung Wissenschaftsfinanzierung ja die ist man die Leute sind schon total verdummt bei den anderen Ländern aber sie sind so ich will aber keine Wissenschaftler und Ingenieure haben meine Leute werden zu schlau das ist das Problem in Diktaturen irgendwann kommt man in ein Konflikt zwischen Herrschaft und wissenschaftlichem Fortschritt ein Konflikt der nicht gelöst werden kann ohne eine der beiden Seiten zu benachteiligen und wen benachteiligt man wohl am ehesten das Volk oder den einzelnen es ist natürlich das Volk was was habt ihr denn gedacht äh ne Weltausstellung ja ja bitte damit kann ich die ganze Welt zur Schau stellen wie cool ich bin äh ja ok ja bin ich mir sicher wird in 30 Runden erst getagt dann habe ich meine Weltwunder hier sowieso schon fertig gebaut jemanden mein Club vierter und meine 16 schickte Pelle den schiefen Turm von Hamburg die Schiefer von Hamburg Baumann bitte eine dort für alles zu gut beschießt bitte weiter die Leute da auch und du entdeckst Grönland muss über sein als ich erwartet hatte immer benötigt noch mehr Befehle Fahr durch da durch das Seegebiet von Jerusalem Jerusalem ist bekannte Hafenstadt Israel sind die Stadtstaaten mir sagen das wäre vielleicht ganz gut aber u.s. haben wir verbündet und Genua auch und Hongkong und Bratislava mag mich sowieso irgendwie nicht was denn das für ein Stadtstaat ein ist die folgende Interesse das ist das ist auch spioniert das ist zusammenarbeiten kultiviert ein kultiviert der Stadtstaaten Baumwolle Salz ich sollte wirklich mit denen reden sie belohnen sie wollen dass jeden Gold Schick auf 30 Runden mhm sie belohnen Spiele der ein Barbaren was also die sie bestellen dass wir sie haben sie haben sie haben sie ja warum habe ich noch keinen Seehandels weil man da nicht durchkommt ich dachte man soll ich jetzt einen Tunnel-Spieg mit ne 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 limus so okay Buttig薬 cool Nach langer Wartezeit haben die ja schon ... Okay... Was? Ich bin nicht mehr mit Hongkong verbündet. Na toll. Äh... Was? Ich hab grad zwei Verbündete verlor... Ich hab auch kein Geld. Ich könnte ihnen eine Einheit schenken, aber ich hab keine. Äh, ich kann dir einen Pekingier schenken. Ja. Nicht. Ähm... Und wenn ich ihm noch einen Pekingier schenke? Ne, das ist ja Quatsch. Jetzt muss ich wieder ganz viel Geld sparen, damit ich wieder... Och, na... Schuss, Maja. Besprechen. Ich denunziere den Penner gleich. Umfassbar. Kann ich meinen Stadtstaat nicht zurückfordern? Mann. Oder kann ich ihm coole Sachen verkaufen? Was werdet ihr mir dafür geben? Was werdet ihr mir dafür geben? Ja. Finde ich in Ordnung. Damit kann ich mein Cha-Cha zurückkaufen mit drei Gold. Uuuuuh, ja. Naja, du brauchst Befehle. Das finde ich ist, äh... Irgendwie... Eigenartig. Gib mir Befehle. Bitte. Bitte ätter mein Befehl. Oh. Oh. Fangen wir da hin. Und heil dich wieder. Und den Bautrupp, den schicken wir da hin, um die... Zitronen... in unser Reich... zu bringen. Eine sehr wichtige Frucht. Äh... Mit der kann man... Sachen... sauer machen. Ähm... Äh... Oh. Oh nein. Äh... Zäh... Da hin. Ah, Brustschütze bereit. Mach Pause. Habe ich nicht gerade... Gut, dann halt nicht. Schießen wir sie halt wieder. Äh... Oh, ich hab nicht geguckt, wo das bei Bahnlage war. Hm... 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 Fürst... Harun... Al-Rashid... Euer Vorschlag... Wird unseren Interessen gerecht? Ohohoh... Ihr könnt euch eure Interessen angeteilen. Ohohoh... Warum hab ich an Chinesern geredet? Und warum denke ich Chinesern reden so? Das ist rassizisch. Aber egal. Ohohoh... Mir war eine Freude über euren Vorschlag. Das freut mich. Aber... Ich fand... Trotz Tame, dass du einen... Bemerkenswert... Lächerlichen... Kopfhast. Ich hab... Die falschen Endungen gewählt. Und das klang irgendwie nicht mehr so cool. Steht ihr? Also wenn wir mal wieder in Texas sind, dann... Werden wir das nochmal richtig machen. Aber wir sind nicht die Texas und... OMG... Die Folge ist viel zu lang für mich. Oh... 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 Werden noch kurz diese Runde gespielt. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Wenn es wieder heißt... Let's play... Civilization... 5... Wiss... 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 Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.